Wenn wir ein Geschenk direkt ausliefern wollen, gehen wir auf Automatisierung, unsere Double-Opt-In-Prozesse, gehen auf unseren Double-Opt-In-Prozess und eine eigene Dankeschön-Seite verwenden. So, und hier können wir jemanden direkt auf eine Verkaufsseite oder etwas anderes leiten oder eben halt, wie ich jetzt hier mache, einfach den Download-Link direkt eingeben, speichern und dann probieren wir das jetzt mal aus. Hier bin ich auf meiner Landingpage als Vorschlag Nummer 3, gebe ich hier einfach mal Kollege René Lagnon ein, jetzt anmelden und haben Sie vielen Dank. Jetzt gucken wir in meinen E-Mail-Account, da ist schon ein Klick fehlt noch und dann klicke ich auf den Link hier und was passiert, ich habe meinen direkten Download vor Augen.